Musik Mein Name ist Holger Wachtgert, ich bin Mitbegründer und Trainer hier bei CrossFit Freiburg und ich zeige euch jetzt heute mal die typischsten CrossFit Übungen. Musik CrossFit ist ein komplettes funktionelles Ganzkörpertraining, wo alle Fähigkeiten des menschlichen Körpers immer in einem Training zusammengepackt werden und komplett trainiert werden. Musik 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 But should we even know their name?